Aber es ist nicht der Platz, den ich davor besucht hatte. Denn meine Kiste möchte ich auf jeden Fall wieder haben. Den Inhalt. Weil ich mache ja nicht hier die ganze Expedition für nix und wieder nix. So nicht. Nee, nee, nee. Erstmal wild um sich schlagen mit dem Schwert. Ich laufe ja gern hier durch die Bühne, ne? Aber... Mit mir ist nichts zu spaßen. Ich bin ein ganz harter. Aber ein ganz ein harter. Genau, hier hatte ich damals... War das da? Ups. Ey! Ey! Verdammter Mistkerlo! Füllen sich denn meine Herzchen jetzt auf? Hallo? Nee. Jetzt aber. Ja. Aha. Da ist es. Da ist es. Okay. Ja, und besonders viel weiter war ich ja eigentlich noch nicht, ne? Ja, das ist ja jetzt auch gar nicht so schwer zu finden gewesen, ne? Ich könnte jetzt aber mal ein bisschen Eisen abbauen. Nee, also die ganzen Monstern, die gehen mir schon ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Also wirklich. Guck mal, ich hab noch nicht mal eine Eisenhacke. Ich muss jetzt erst mal Eisen finden. Und das einschmelzen. Junge! Mann! Ich meine, ich könnte ja auf Peaceful schalten. Aber das ist ja dann auch wieder langweilig. Wieste. Ach, da hab ich ja noch ganz viel Kohle. Na gut. Dann crafte ich jetzt mal ein... Ding hier. Vorsorglich schon mal. Kommt. Hm, die Blume brauche ich jetzt gerade nicht. Stere ich mir das da hin. So. Jetzt brauche ich ein bisschen, äh, Eisen. Ja. Leider hatte ich ja beim letzten Mal dann hier sämtliches Eisen abgegrast. Also jetzt reicht's mir langsam. Die, die treffen auch, ne? Die treffen auch, egal wo, wo sie stehen und so. Unfair. Unfair. Bin ich eigentlich ein Jammerlappen? Aber es ist ja auch unfair. Mö, mö. Hü, 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 hü. Toll, ich hab kein bisschen Eisen. Da ist was Eisen. Aber da kommen jetzt hier auch bestimmt wieder direkt die, die pösen Puppies. Guck mal hinten. Guck mal hinten. Da seh ich doch schon wieder so ein... ...ne Glatze. Und da oben? Da ist schon wieder so ein doofer Creepermann. Habt ihr gesehen? Ich mach doch nix, Freunde. Lasst mich doch einfach mal hier in Ruhe ein bisschen was sammeln. Echt nicht nett. Echt nicht nett von euch. Das find ich jetzt echt nicht nett. Und hier ist nur ein... ...ein Eisen-Ding gewesen. Ne. Ne, ne, ne. Hm. Du Arschloch, du. Ja, das muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist. Da komm. Komm, Kleiner. Dein blöden Gesicht. Ach, noch einer. Ja, schön. Immer her damit. Ach so. Hier gibt's gar nichts mehr. Doch, doch, doch. Oder? Ach, wie gerade. Ich wollte jetzt erstmal da hinten gucken, was sich hier befinden tut. Genau. Ne, ne. Das wollte ich haben. Ein bisschen Eisen. Mann, nervt mich das. Hoch! Du liebe Goethe. Hauptsache, ich krieg mal Eisen. Ja, gut. Da rum. Das sieht auch interessant aus. Da hör ich doch schon wieder was. Ach, guck mal. Mist. Weißt du, ausgerechnet dann geht mir das Schwert kaputt. Naja, ich merk schon, ich leb hier wieder gefährlich. Ach so, ich hab gar kein Schwert mehr dabei. Ja, das ist natürlich ganz praktisch. Super Vorbereitung. Merkt man, dass ich von dieser Höhle hier ein bisschen abgefuckt bin? Obwohl ich noch gar nicht lange unterwegs bin. Da ist doch schon wieder jemand. Aber es bringt mir auch nichts weiter in die Tiefe vorzudringen. Da oben sehe ich doch wieder was. Es bringt mir nichts weiter in die Tiefe vorzudringen, wenn ich keine Eisenspitzhacke habe. Zum Beispiel. Ohne Eisenspitzhacke kann ich keinen Diamant abbauen. Oder Redstone. Und was es alles noch so gibt. Gold. Wie gesagt, Gold ist nicht besonders sinnvoll, aber Es ist Gold. Das ist Grund genug, es haben zu wollen. Es ist Gold. Gibt es hier noch was? Aha. Ach so. Das ist ja ganz spannend. Und das ist ja mal ganz spannend hier. Und das ist ja noch ein bisschen mehr Eisen. Erz. so okay ich denke ich habe jetzt genug eisen erz fürs erste es ist nicht viel sorry aber es reicht dass ich mir da wieder was draus machen kann ja jetzt muss ich natürlich erst mal den weg auch wieder zurück finden da oben habe ich gerade auch eisen gesehen von hier kam ich ne ne von wo kam ich denn jetzt super oh man oh man oh man kam ich nicht von hier irgendwie ursprünglich ich höre es schon wieder knicken knacken ich höre schon wieder die knochen knacken naja ja 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 so ist das